Die Klubfans wollten den 1. Bundesligasieg des 1. FC Nürnberg gegen Duisburg seit 25 Jahren sehen. Und dazu beitragen sollte Ivan Sajenko, der nach seiner Sperre zurückkehrte. Er war an vier der letzten sechs Klubtore beteiligt. Aber erste Chance für Duisburg. In blau-weiß Markus Kurz brachte die Mannschaft von Hans Mayer in Bedrängnis nach acht Minuten. Allerdings anschließend die Nürnberger mit einer perfekten ersten Halbzeit. Sie waren aggressiver und sie waren vor allem auch schneller. Sajenko im Zweikampf mit Bocek. Da geht er durch. Holak lässt laufen. Wittek ist da. 1 zu 0 im Gegenzug. Achte Spielminute. Das dritte Saisontor von Robert Wittek. Und alle hat er in der Rückrunde erzielt. Sajenko, sein Einsatz, hat sich also gleich bezahlt gemacht. Gewinnt dieses Laufduell gegen Bocek. Holak lässt laufen. Wittek 1 zu 0. Nürnberg geradlinig, zielstrebig, entschlossen. Und für Duisburg war es wieder ein früher Rückstand in einem Auswärtsspiel. Beim MSV fehlten sechs Spieler. Ganz aktuell hatte sich Dirk Lottner, der Mittelfeldstar, abgemeldet. Und ansonsten waren sie zweikampfschwach. Nürnberg, wie gesagt, die aggressivere Mannschaft. Das ist wieder Ivan Sajenko. Und er sieht Robert Wittek. 2 zu 0 nach einer Viertelstunde. Doppelpack für Robert Wittek. Und wieder die Vorarbeit von Sajenko. Da war ganz wichtig, den Zweikampf, den Polak im Mittelfeld gewinnt. Und oben winkt Wittek, bekommt den Ball und schließt ab. Wittek unter der Woche beim Länderspiel mit der Slowakei in Frankreich. Erstmals als Kapitän. Gewann mit den Slowaken. 2 zu 1. Und nahm den Schwung vom Länderspiel mit. Der Klub bot Powerfußball gegen eine vogelwilde Duisburger Hintermannschaft. Sie brachten den Ball nie wirklich weg. Polak mit der Möglichkeit, abgefälschter Ball. Auch er machte ein großes Spiel in der ersten Halbzeit. Duisburger Hintermannschaft umformiert. Algün spielte Libero hinter einer Dreierkette. Aber Sicherheit brachte das nicht. Der anschließende Eckball von Wittek. Und wieder haben die Duisburger Schwierigkeiten, sich zu befreien. Wittek! Fast wäre es nach 20 Minuten schon ein Hattrick geworden. Wittek spielte wie aufgedreht. Koch verhinderte Schlimmeres. Etwas mehr als eine halbe Stunde vorbei. Und nun eine typische Szene für das Duisburger Abwehrverhalten. Wolters, Koch. Und dann ist keiner da, um ihm zu helfen. Und er sagt es auch an. Mehr Kommunikation, mehr Miteinander sprechen. 2-0 zur Halbzeit. Jürgen Kohler, Duisburgs Trainer, entsetzt. Er wechselte zur Pause. Brachte ein Handwurf und Anfang für Kurt und Bocek. Änderte am Spiel erst mal nichts. Freistoß für Nürnberg. Und Georg Koch bei diesem Ball von Pinola. Fünf Minuten nach der Pause. Er hatte viel zu tun, der Duisburger Keeper. Dann aber doch einmal die Gäste. Versuchten wenigstens nach vorne etwas zu bewegen. Und die Nürnberger halfen dabei mit. Ahanpuff. Regen Minari. Chikuzo. Anfang. Und schöner Ball. Für Raphael Schäfer. Da war schon fast eine Stunde gespielt. Aber richtig gefährlich war das nicht. Nürnberg hatte die Geschichte im Griff. Verwaltete diesen Vorsprung. Und wenn die Chance da war, dann spielten sie nach vorne, die Franken. Wieder Sayenko. Setzt sich durch. Bekommt den Ball noch. Und Schroetz. Er bleibt dabei. Markus Schroetz ohne Tor. Für Nürnberg in der Rückrunde. All war noch innerhalb. Schöne Flanke von Sayenko. Und Glück für Duisburg. Viertelstunde noch zu spielen. Duisburg mit vereinzelten Angriffen. Dafür, dass die Mannschaft gegen den Abstieg spielt. Und 0 zu 2 zurückliegt. Dafür kommt in dieser Phase zu wenig. Ahanpuff. Und Leverage. Das war allerdings die beste Möglichkeit bislang. In dieser Partie. Für die Gäste. Klimen Leverage. Ein Ball, den er normal rein macht. Aber das 2 zu 1. Es hätte nicht viel verändert. Zu schwach präsentierte sich der MSV. Und dann dezimierten sich die Duisburger selbst. Und dann gibt es hier der Zweikampf. Tararacke gegen Schroetz. Und Schiedsrichter Michael Weiner zeigt Tararacke die gelbe Karte. Der war schon verwarnt. Also Platzverweis für den Rumänen. Sicherlich eine harte Entscheidung. Bei diesem Fall. Acht Minuten Verschluss war das. Und die Leiden von Jürgen Kohler, sie waren noch nicht beendet. Beim Klub kam Stefan Gießling noch in die Mannschaft für die Schlussphase. Und er sollte gleich nochmal Schwung reinbringen. Inola. Ihr seht Stefan Gießling. Der wurschtelt sich da irgendwie durch. Der Ball kommt nochmal zu ihm. Und dann steht er frei vor Koch. Glanztat vom Duisburger Keeper. Nach der Mandeloperation kam Gießling zurück. Koch. Toller Reflex. Und Koch ist auch am letzten Highlight dieses Spiels beteiligt. Eines aus der Abteilung Pleitenpech und Pannen. Der Ball ist eigentlich weg für Gießling. Und Koch macht diesen Fehler. Will den Ball aufnehmen. Gießling, Wittek 3 zu 0. Hattrick für Robert Wittek. 86. Minute. Sein erster Hattrick in der Fußball-Bundesliga. Pech für Koch. Der Ball war natürlich glitschig. Aber es war der Höhepunkt einer desaströsen Abwehrleistung des MSV. Gießling holt sich den Ball uneigennützig. Spielt er zu Wittek. Und der trifft zum 3 zu 0. Endstand. Das ging auch in dieser Höhe absolut in Ordnung. Der 1. FC Nürnberg war klar besser. Macht er in der 2. Halbzeit etwas langsamer. Sonst wäre das Ergebnis noch deutlicher ausgefallen. Jubel also in Nürnberg. Nach diesem Sieg beträgt der Abstand zu Duisburg 4 Punkte. Und der MSV machte nicht den Eindruck einer Mannschaft, die den Klassenerhalt noch schaffen kann. Den Klassenerhalt? Jusik beträgt die Ziele herbivorien. Die Ziele aus dem Land-Meer. Schlauggerät.